Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brief des Paulus an die Galater. Hier ist er, der Brief. Und ich sag mal so, bei der Bundespost wäre das nicht passiert. Ja, was ist denn passiert, fragen Sie. Ich sag Ihnen, was passiert ist. Diese ganzen Briefe von Paulus oder auch nicht von Paulus stehen in der Bibel in der total falschen Reihenfolge, also zeitlich. Der Römerbrief zum Beispiel, der ist wahrscheinlich der letzte, steht aber an erster Stelle. Und der Galaterbrief hier, der steht mit Sicherheit chronologisch vor dem zweiten Korintherbrief, in der Bibel kommt er aber direkt danach. Das ist doch das blanke Chaos, also mich frustriert das. Deshalb, nehmen Sie jetzt bitte mal Ihre Bibel, ein Teppichmesser und Tesafilm und dann Achtung. Es folgt das Do-it-yourself-Video. Wir basteln uns ein chronologisch richtiges neues Testament. Wä, wä, nee, danke und tschüss. Wir werden hier definitiv keine Werbung dafür machen, Bibeln zu zerschneiden. Du sollst nicht töten deines nächsten Buch. Wir befinden uns circa 55 nach Christus. Paulus is on the road, irgendwo im Nirgendwo, von Griechenland. Boah, ich hatte so einen Ärger in Ephesus. Dann gibt es Ärger in der Gemeinde in Korinth. Deshalb habe ich denen so einen echten Tränenbrief geschickt. Und jetzt kommt mein Postbote nicht wieder. Was ist? Äh, was? Na, Sie haben doch Postbote gesagt. Ja, aber ich meinte meinen Assistenten. Achso, ja, hier ist ein Telegramm für Sie. Und Paulus liest dieses Telegramm. Ich habe schon ewig kein Telegramm mehr gekriegt. Was ist hier? Aha. Stress in galatischen Gemeinden. Stopp. Jüdische Missionare fordern Beschneidung für alle. Stopp. Komme sofort, sonst Chaos. Stopp. Boah, nee. Das hat mir gerade noch gefehlt. Kennen Sie das, wenn man das Gefühl hat, die ganze Welt versinkt im Chaos? Deshalb habe ich immer meinen Teppichmesser und Tesafilm dabei. Was? Schon gut. Und jetzt fahren Sie da hin. Wo ist eigentlich dieses Galatien? Naja, Mittel- oder Südtürkei. Ach, schön. Ich war mal in Antalya. Nee. Doch? Nee, ich meine, ich kann da jetzt nicht hinfahren. Erstmal muss ich die Sache in Korinth klären. Jetzt auf die schnelle guten Brief könnte ich Ihnen schreiben. Könnten Sie den gleich mitnehmen, wenn ich das sofort schreibe? Also jut, dann mache ich jetzt meine tarifliche Frühstückspause und Sie schreiben. Und die schnappt sich schon mal ihre Ausrüstung und eher so. Also ich diktiere eigentlich immer, wo ist denn eigentlich mein Mitarbeiter? Entschuldigung, könnten Sie das vielleicht aufschreiben, wenn ich... Äh, nein, könnten Sie nicht. Ich schreibe selber. Dann macht sie es sich im Hintergrund gemütlich. Und Paulus schreibt selber. Liebe GalaterInnen, Paulus schreibt euch, der Apostel, ihr erinnert euch vielleicht. Ich arbeite nicht für Menschen, sondern für Gott. Mich wundert, dass ihr euch so leicht vom Evangelium von Jesus Christus zu was anderem verführen lasst. Und alles andere, um es ganz deutlich zu sagen, sei verflucht, weil es einfach falsch und böse ist. Knackiger Anfang, also ich würde weiterlesen. Ich bin ja Jude. Und war früher selber der größte Hater der Christen. Aber dann hat sich mir Jesus offenbart und ich habe angefangen, Leute in Arabien und anderswo zu bekehren. Und dann aber auch Petrus und Jakobus in Jerusalem kennengelernt. Selbst als mein Kumpel Titus, der Grieche ist, mit zu denen gekommen ist, hat ihn keiner gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Äh, wieso denn eigentlich Beschneidung? Na, weil das ein sehr wichtiges Zeichen für die Zugehörigkeit zum Judentum ist. Wir waren uns aber einig, dass das für Christen nicht mehr gilt. Aber wie immer gab und gibt es Hater. Kritzel, Kritzel, ich weiß, wovon ich rede. Ähm, die Apostel in Jerusalem und ich haben uns damals ganz klar geeinigt, dass das Evangelium für alle da ist. Ob beschnitten oder unbeschnitten. Und ich bin für die Heidenmission zuständig. Na siehste, dann ist doch alles klar. Ja, nicht ganz. Äh, Petrus und ich. Äh, aber was ist das denn? Naja, wir hatten ein bisschen Ärger, als er uns in Antiochia in Syrien besucht hat. Ja, und wessen Schuld war das? Ja, Momentchen. Du warst ja zuerst ganz locker und hattest kein Problem mit den Heidenchristen. Aber als dann später die Hardliner, na, was ist denn das? Also diese Hardliner von Jakobus und Co. aufgetaucht sind. Dann hast du uns quasi beschnitten, äh, geschnitten und vermieden und nicht mehr mit uns gefrühstückt. Aber ich hab dir klipp und klar gesagt, das ist völlig inkonsequent. Erst hast du kein Problem damit, mal ein Gyros zu essen und wie die Griechen zu leben. Und dann willst du sie zwingen, wie Juden zu leben. Und zweitens, das jüdische Gesetz macht uns nicht mehr korrekt, sondern der Glaube an Jesus Christus. Aber, na, ist das irgendwie unklar? Äh, nö, äh, eigentlich. Warum muss ich dann immer wieder dasselbe schreiben, Kritzelkritzel, ihr Galater? Ihr habt doch, äh, das mit Jesus verstanden. Ihr seid doch von fleischlich korrupten zu geistlich korrekten Leuten geworden. Abrahams Kinder. Wer nur mit dem Gesetz lebt, der ist verflucht. Jesus ist am Kreuz zum Fluchableiter geworden. Äh, super Bild. Ich hab jetzt nur mal eine Frage. Wieso gibt's das Gesetz dann überhaupt? Naja, bevor Jesus da war. War das Gesetz halt quasi der Einpeitscher. Nö, um das Schlimmste zu verhindern. Aber jetzt durch Jesus ist Schluss mit diesem Rohrstockdenken. Boah, das reicht jetzt aber langsam. Alle, die auf Jesus getauft sind, sind freie Kinder Gottes. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen. Wow, jetzt ernsthaft? Alle frei und alle gleich? Gleiche Rechte und so? Ja, Moment, also ich red hier jetzt erstmal nur über Theologie, ne? Wie das in der gesellschaftlichen Wirklichkeit aussieht, ist mal noch eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich, Gott setzt nicht mehr auf Angst vor Strafe, sondern auf Gnade. Und jetzt nochmal zu euch, liebe Galater, kritzelkritzel. Früher kanntet ihr die coole Wahrheit des Evangeliums nicht und habt die falschen Götzen verehrt, was verständlich ist, wenn man es nicht besser weiß. Aber wie könnt ihr das wieder zurück wollen? Das verstehe ich einfach nicht. Und ihr habt mich doch trotz meiner körperlichen Einschränkung immer supported. Was denn für eine körperliche Einschränkung? Das spielt jetzt keine Rolle. Und jetzt disst ihr mich? Wie diese Leute, die euch verführen, geistig anflirten, ist echt widerlich. Ich sag's nochmal. Jesus, befreit euch. Lasst euch nicht wieder versklaven. Wenn ihr euch beschneiden lasst, seid ihr Gesetzessklaven. Bei Jesus gilt nur der Glaube, der sich durch Liebe zeigt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Och Mensch, willst du ein Mettbrötchen? Danke, eher nicht. Fresst euch nicht gegenseitig auf. Ihr seid freie Geister und nicht pure Fleischklöpse. Denn dann ist man nur noch mit bösem Sex, Götzendienst und Hate beschäftigt. Aber wenn man geistig unterwegs ist, dann geht's um Liebe, Freundlichkeit, Geduld. Ähm, also. Wenn jemand von euch einen Rückfall in die Fleischlichkeit hat, dann supportet ihn. Seid nett. Einer trägt das Päckchen, des anderen so läuft's. Wir tun allen Gutes, aber vor allem denen in unserer Community. So, jetzt hab ich das alles selber hingekrackelt. Äh, es ist ein Kreuz. Nein, ich gebe nicht damit an, ich sag das nur. Jesus hat sich in mich eintätowiert. Tschüss, euer Paulus. So, fertig. Was macht denn das Porto? Ach, das geb ich aus. Oder super nett. Ja, ich hätt hier auch noch nen Donut, wenn Sie wollen. Danke, gerne. Vielleicht mach ich auch mal wieder Urlaub in Antalya. Das war echt schön. Ja, das ist ja auch total schön da. Und das, liebe Gemeinde, war der Brief des Paulus an die Galater. Vielen Dank. Vielen Dank.